Servus liebe Trader, die Growth Aktien und Momentum Stocks, die ziehen vor allem gerade wieder nach oben durch. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit unserem Explorer am Aktienterminal eine sehr vielversprechende Screening Kombination nutzen könnt, um faktorbasiert nach spannenden Bullen Aktien zu suchen. Mit dem Morningstar Datenpaket habt ihr alles, was ihr benötigt und ich zeige euch jetzt, wie ihr mit wenigen Klicks hier dieses Screening erstellen könnt. Ich klicke einfach mal auf Explorer, dann auf Scans und dort gibt es diese erwähnten Faktoranalysen. Hier kann ich nach verschiedenen Faktoren suchen, einerseits nach einer möglichst niedrigen Marktkapitalisierung, gut geeignet um Firmen zu finden, die noch niemand kennt. Dann Growth Stocks, ganz klar Wachstumsaktien, da geht es vor allem um ein EPS und Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, Vorjahresquartal und auf Sicht der letzten 12 Monate. Und dann kann man das noch kombinieren mit dem Faktor Momentum, dann haben wir wirklich Aktien, die einen möglichst hohen Abstand zum GD 200 aufweisen. Der Abstand zum 200 Tageshoch ist so klein wie möglich und die Performance auf Sicht der letzten 50, 150 und 250 Handelstage ist so groß wie möglich. Und jetzt kann ich entweder diese einzelnen Faktoren nutzen oder hier unten kombinierte Faktoren. Ich zeige euch jetzt spannende Titel mit Growth und Momentum. Und jetzt haben wir standardmäßig hier Europa 300 eingestellt, finde den US-Markt gerade ein wenig spannender, gehe hier zum Beispiel mal auf die 2000 Volumen stärksten US-Aktien. Und gleich ganz oben finden wir einen sehr spannenden Breakout-Kandidaten, nämlich B. Reilly Financial, der Finanzdienstleister. Der hat davon profitiert, dass er in den S&P 600 aufgenommen wird. Quartalszahlen generell im Finanzsektor wieder sehr gut, die Berichtssaison gestern gestartet. Goldman Sachs zum Beispiel, immenses Gewinnwachstum, deutlich über den Erwartungen, aber quer durch die Bank, wenn man so möchte. Ja, gutes Wortspiel, die Banken mit guten Zahlen. Und jetzt sieht man hier unter erhöhtem Volumen sehr schön den Breakout. Ich sehe sofort, ich kann hier die Standard-Kennzahlen nutzen, dann habe ich Faktoren wie KGV, KUV. Sehe aber auch sofort das Umsatzwachstum auf Sicht der letzten 12 Monate. Kann aber hier auch zum Beispiel auf die Growth-Kennzahlen umschalten. Dann sehe ich wirklich noch ausführlicher, wie sieht es mit dem Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal aus und so weiter. Kann mir da also noch einen besseren Überblick verschaffen. Weiterhin gut laufen zum Beispiel auch die Häuserbauer LGI Homes. Absolut überzeugende Aufwärtsbewegung. Chart-technisch jetzt nicht unbedingt interessant für einen Neueinstieg. Spannend finde ich aber auch eine T-Tech Holdings. Da gab es erst diese Woche wieder eine Kurszielanhebung auf 125 Dollar. Zuletzt auch hier ein Umsatzwachstum von 24 Prozent. Und das Unternehmen hilft eigentlich als Berater, aber auch als Anbieter von Technologien, seinen Kunden dabei, Customer Experience-Lösungen bereitzustellen. Also wirklich das Online-Erlebnis für die Endverbraucher zu verbessern. Eine sehr hohe Nachfrage natürlich aufgrund des E-Commerce-Booms, aufgrund der Digitalisierung. T-Tech kann hier sehr gesund, sehr gut wachsen und entsprechend spiegelt das auch der Chart wieder. Tempo Sealy, ähnlich bullisch unterwegs wie eine Sleep Number, zieht auch hier sehr schön nach oben durch. Hier profitieren die Firmen einfach davon, dass die Menschen immer mehr in einen gesunden und erholsamen Schlaf investieren. Es geht hier um intelligente Betten und Pölster, also wirklich Geräte, die vernetzt werden können, um dann zum Beispiel in der Cloud und über die App die Schlafdaten auszuwerten. So sehe ich genau, wie erholsam ist mein Schlaf, wie kann ich noch alles verbessern. Auch da gibt es einen Trend, dass immer mehr Menschen hier Investitionen tätigen. Retailer laufen auch geschlossen nach oben. Also man kann die Liste wirklich von oben nach unten durchgehen. Hier gibt es sehr, sehr spannende Titel. Eine Yeti zum Beispiel, auch hier zuletzt stark gewachsen, gerade der Chart-Breakout. Mein Favorit aktuell für die Breakout-Watchlist, das ist eine RH. Gage konsolidiert hier jetzt nach den überzeugenden Quartalszahlen mit einem ja auch 22-prozentigen Wachstum. Jetzt sehr schön in einer engen Range im Bereich des Allzeithochs. Ganz interessant, ein Anbieter von Wohnungseinrichtungsgegenständen, also eigentlich vor allem Luxusmöbel, Gartenmöbel. Profitiert auch hier wieder natürlich vom Immobilienboom. Möchte langfristig 20 bis 25 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaften und auch ein nettes Detail am Rande. Berkshire Hathaway ist da investiert. Warren Buffett hat diese Story schon früh erkannt und entsprechend früh zugeschlagen. Also hier kann man sich sehr schön die Aktie auf die Breakout-Watchlist legen. Glaube ich ein sehr spannender Kandidat, wenn man hier weiterhin auf hohe Konsumausgaben bzw. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Immobilienboom setzen möchte. Auch sehr schön, gerade Shutterstock, Anbieter von lizenzfreien Videos, Bildern und auch Musiktiteln, hat sich zuletzt im vergangenen Jahr sehr schön mit Übernahmen verstärkt, wandelt sich jetzt immer mehr auch zum Softwareanbieter, um Marketingagenturen zum Beispiel auch mit kreativen Tools, Automatisierungstools für ganze Marketingkampagnen zu unterstützen. Und auch hier zuletzt überzeugende Q4-Zahlen. Jetzt startet gerade wieder die Trendfortsetzung. Also hier kann man wirklich die Liste Punkt für Punkt durchgehen. Man findet zum Beispiel auch führende Cyber-Security-Anbieter wie eine Fortinet, absoluter Leader gerade im Sektor. Und allein mit diesem schnellen Screening, dieser Kombination Wachstum und Momentum findet man aktuell sehr spannende Bullenaktien, die man sehr gut traden kann, sofern charttechnisch der Trigger vorhanden ist. Das Ganze gibt es wie gesagt mit dem Morningstar Datenpaket. Der Umfang ist hier wirklich sehr groß. Ich verlinke euch das Angebot nochmal in der Beschreibung des Videos. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Screenen und viel Erfolg mit euren Trades.